Servus, hier zu diesem neuen Video. Ich bin heute in Tutzing beim Intersport Thalmeier, da ist der Thomas und wir machen heute einmal Skiservice bei meinen Skien, weil wir sind wirklich fällig und wir zeigen euch einmal, wie das hier in so einer Skifabrik, sage ich jetzt einmal, funktioniert, dass eure Ski dann auch immer optimal ausschauen und ihr die Püste runtersausen könnt. Viel Spaß mit dem Video. Servus, guten Morgen. Ja, mich freut es, dass der Kopi heute bei mir ist. Er ist ein begeisterter Skifahrer und wir haben jetzt einmal gesagt, wir schauen einmal seine Ski an, wie die beieinander sind und ich würde euch vielleicht einmal kurz erklären, wie es bei uns in der Werkstatt ausschaut, was für Gerätschaften auch wir da haben. Wir starten mal mit dem Vorschliff. Wir haben hier ein Head Supershape Modell Graphene. Das ist so ein sehr sportlicher All-Mountain-Ski, aber doch noch sehr pistonorientiert. So, hier wird jetzt der Ski einmal auf alle Fälle Planschriften. Der erste Rost, die kleinen Kratzer, die überschwinden jetzt schon einmal. Wenn wir jetzt da gleich mal drauf schauen, werden wir gleich mal sehen, oh, der Ski schaut schon einmal noch dreimal über das Bandschiebe relativ schön aus. Normalerweise würde jetzt der Ski auf die Werkbank gehen, zum Beläge ausbessern. Nachdem der Korbinian da relativ aufpasst auf sein Material, müssen wir jetzt das nicht machen. Da sind keine Kratzer drin. Und die ganz feinen Kratzer, die haben wir jetzt eh schon über das Band rausgeschliffen. Der nächste Schritt ist jetzt, dass wir auf die Seitenkante gehen. Das ist eigentlich nur ein Vorschliff, ein grober, damit hier der Rost mal verschwindet und schon die erste Schärfe und der erste Winkel an sich reingeschliffen wird. Das sieht super gut aus. Gut, der nächste Schritt, wir gehen auf den Stein. Das ist eigentlich jetzt einer der wichtigsten Schritte. Wir werden wieder Wasser anbauen, wir werden die Geräte nicht verbrennen. Und wir haben einen Stein mit zwei verschiedenen Strukturen. Ganz wichtig. Auf der linke Vorschliff, auf der rechten Finish. Wir werden noch mal kontrollieren, wie der Blick ausschaut. Vielleicht noch mal eine Information, warum hier eher eine kleine Maschine sieht. Man sieht ja immer in den Skigebieten, die großen Automaten. Der Vorteil von den kleineren Maschinen ist, dass wir halt wirklich permanent kontrollieren können, wie der Belag ist. Also das heißt, der Ski wird nicht öfters über die Maschine drüber geschoben, wie es notwendig ist. Bei den großen Automaten kann das nicht durchaus mal öfter in der Fall sein, weil es einfach ein sehr aufwendiger Prozess ist. Wir gehen jetzt eigentlich nur noch auf den Endschliff drauf, also auf den Finish. So, dann schauen wir uns das hier mal an. So, da ist jetzt schon wieder ein bisschen Struktur drin. Dann machen wir den zweiten. Wenn man da mal drüber langt, da ist er richtig gratig. Also jetzt im Moment in dem Zustand würde der Ski nur geradeaus gehen. Und ja, der Corby hätte keinen Spaß beim Skifahren. Und damit er jetzt dann wirklich richtig Spaß bekommt, gehen wir auf unsere Cutting-Tuning-Maschine. Also wir sehen uns hier auf der Maschine. Man hat hier rechts und links die zwei Top-Scheiben. Die Schleifen seitlich, also in dem Fall in dem Bereich, von vorne bis hinten. Wir haben hier die Möglichkeit, bei der Maschine die verschiedenen Gradzahlen einzustellen. Also wir können eigentlich für einen Rennläufer 86 und 87 Grad einstellen. Und für den Normalverbraucher, der einfach nur Spaß haben will und nicht zu aggressives Gerät haben möchte, machen wir in der Regen 88 Grad. Und diese Schie funktionieren dann sehr gut. Man hat hier dann diese große Walze, wo wir da sind. Und die wird dann nochmal die Kante vom Boden, sagt man bei uns, schleifen, wird so leicht abgehängt. Das ist wichtig, damit der Ski eben nicht hängen bleibt beim Drehen. Entscheidendes hier, dass die Kante nicht mehr gebrochen wird. Also früher hat man ja immer mit einem Kantengummi, ist man da nochmal drüber gegangen. Bei diesen modernen Maschinen werden diese Ski, beziehungsweise die Kanten, komplett poliert und sind jetzt eigentlich auch sofort fahrbar. Das Einzige, was noch dazugehört, ist der letzte Schritt, wachsen. Jetzt machen wir bei der Corbine nochmal was Spezielles. Das machen wir eigentlich in der Regel bei Rennskiservice. Dass wir jetzt über die Kante nochmal mit einem Diamanten drüber gehen. Der Diamant hat einfach den Vorteil, dass die Kante nochmal stärker poliert ist und auch die Lebensdauer, beziehungsweise die Griffigkeit der Kante nochmal deutlich erhöht wird. Und das ist ein relativ schneller Schritt. Wir gehen hier einfach mit dem Diamanten drüber und polieren einfach diese Kante nochmal selber. Das ist übrigens auch wichtig, das kann jeder Endverbraucher auch zu Hause machen. Es ist nicht notwendig, dass wir nach jedem Mal Skifahren an sich den Ski komplett schleifen, sondern man schleift ihn zweimal der Saison. Und dann kann man eigentlich jederzeit einmal zu Hause auch mit einem Diamanten über die Kanten drüber gehen. Und vergleichen Sie es wie bei einem Schleifstein, wenn Sie ein Messer schleifen. Das ist einfach ein Nachschliff, dann trägt hier nichts ab von der Kante. Aber es macht einfach nochmal deutlich mehr Spaß, mit einer speziell polierten Kante zu fahren. Wie gesagt, kann jeder Endverbraucher auch selber machen. Das ist nur wichtig, eine gescheite Werkbank zu haben und Einspanngeräte. Und können wir jetzt auch Tomaten aufschneiden, Thomas? Jetzt können wir Tomaten aufschneiden. Jetzt haben wir die Möglichkeit, zweimal zu wachsen. Das sehen wir da drauf. Dann werden wir jetzt bügeln in dem Fall. Okay. Ja, warum wachsen? Ich sage immer, ein Auto ohne Benzin fährt auch nicht. Und ein gut gewachster Ski, der macht auch wieder mehr Spaß. Viele Anfänger und schwache Skifahrer sagen, wächst es mir den Ski nicht zu schnell oder macht es mir nicht zu schnell. Ich möchte das nicht, es ist für mich gefährlich. Es ist das Gegenteil. Ein gut gewachster Ski vermittelt deutlich mehr Sicherheit vor allen Dingen. Weil sie brauchen weniger Kraftaufwand. Der Ski driftet, dreht viel, viel leichter. Und auch jeden Ziehweg kommen sie einfach besser vom Fleck. Also Wachs ist ganz, ganz wichtig. Und am besten in dem Fall Heißwachs. Wir haben hier jetzt so ein rotes Allroundwachs. Das ist für diese Temperatur im Moment sehr, sehr gut. Man sieht es ganz schön jetzt. Hier Tropfen. Was drauf. Hier haben wir Bügeleisen. Weil, ja, das wachsen wir in sogar 124 Grad. Das ist digital. Es gibt verschiedene Wachse, Rennwachse. Die werden sogar mit weniger Temperatur eingestellt. Aber in dem Fall sind wir 124 Grad sehr rennwert. Jetzt wird das Ganze verrieben. Hier zu beachten, wenn er ein Heimwerker ist, auf gar keinen Fall ist Bügeleisen stehen zu lassen auf dem Ski. Das kann man mit dem Haushaltsbügel vergleichen. Das sollte wirklich immer in Bewegung sein. Weil sonst ist der Ski leider kaputt. Und das ganze Wachs, man sieht das, das muss richtig schön schwimmen. Auf dem Belag. Und hier ist auch nicht entscheidend, wie viel Wachs wir da drauf tropfen. Weil das wird nachher, das wird man dann im letzten Schritt, sowieso nochmal runtergezogen. Weil das Wachs wird in den Belag eindringen. Und soll nicht auf dem Belag drauf sein. Für mich ist das natürlich immer eine optimale Variante. Weil ich bin jetzt nicht so der Ski-Profi. Ich mache meine Ski auch nicht selber. Und wenn man wirklich einen gescheiten Ski-Service haben mag, da ist man natürlich bei allem auch gut aufgekommen. Und wie man sieht, also hier beim Thomas, der ist wirklich super ausgestattet. Und ja, ich freue mich schon wieder auf den nächsten Ski. Aber ich glaube, der Ski wird wieder richtig bärig funktionieren. Und mit dem haben wir wieder Spaß, die Kante glühen zu lassen. Und jetzt kommt das ganze Wachs wieder runter. Wir haben hier Plastikabzieklingen, bitte nicht mit Metall. Da geht man wieder in die Struktur rein und macht die Ski wieder eher kaputt. Also immer nur mit Plastik-Klingen. Und die sollten auch relativ scharf sein. Also man kann die auch selber schleifen. Da vielleicht ein Tipp. Wir kriegen immer wieder die Anfrage, wie schleift mir meine Klinge scharf. Nehmt ein grobes Schleifpapier. Da einen Winkel hinsetzen. Zum Beispiel. Und dann einfach hin und her fahren. Und sofort ist ja eure Abzieklinge wieder scharf. Meistens nehme ich dann nochmal aus dem Haushaltsbereich so ein kleiner Schwamm, so ein Glitzi. Dann geht er nochmal drüber, dass die Kante wirklich auch freigelegt ist vom Wachs. Dann kommen die Bürsten. Verschiedene Arten. Da geht nochmal der letzte Rest jetzt nochmal aus dem Haushaltsbereich raus. Alles mit ein bisschen Kraft. Sonst passiert gar nichts. Hier wird jetzt auch die Struktur nochmal ein bisschen freigelegt. Hier ist einfach entscheidend, dass der Ski plan ist. Und da darf eben nichts kratzen jetzt von der Kante her. Der Ski ist wirklich plan. Und rechts zunächst an der Kante, da ist er leicht abgehängt. Und so soll eigentlich ein Ski dann auch ausschauen. Deswegen ist es auch notwendig, dass man auch einen guten, hochwertigen Skiservice mal ab und zu für sein Ski investiert. Gut, ich hoffe, euch hat es gefallen. Es war sehr informativ. Mich hat es auch brutal interessiert, heute einmal unten dabei zu sein, wie die Ski in der Werkstatt gemacht werden. Danke dir, Thomas. Ja, bitte, gerne. Gebt mir Feedback, wie der damals. Ja, auf alles. Ganz wichtig für uns. Also wissen, wie diese Ski gehen, wenn wir sie auch im Endverbrauch haben, mit unseren Kunden aushändigen. Genau, wunderbar. Ich würde sagen, ab auf die Piste mit den Ski und wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Also haut rein, servus, los geht's. Ja, wir sehen uns dann beim nächsten Video. Ja, wir sehen uns dann beim nächsten Video. Untertitelung des ZDF, 2020